Wenn mich vor kurzem jemand gefragt hätte, ob es dem Arbeitgeber möglich ist, ohne Änderungskündigung einseitig Kraftdirektionsrecht den Arbeitnehmer ins Ausland zu schicken und zwar dauerhaft, hätte ich spontan gesagt, also das ist nicht undenkbar, aber auf extreme Sonderfälle begrenzt, wo im Arbeitsvertrag auch explizit solche Dinge vereinbart sind oder es zumindest sich aus dem Arbeitsverhältnis ergibt, aber in der Regel, wo eher nicht, da wird man wohl eine Änderungskündigung brauchen. So hätte ich das aus dem Bauch heraus gesagt und jetzt gibt es eine aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, wo man das vielleicht nochmal etwas überdenken muss, zumindest die Überschrift ist erstmal, ja, das geht. Wie das geht und wie und mit welcher Wahrscheinlichkeit auch du vielleicht damit rechnen musst, demnächst ins Ausland zu verschwinden oder auf deinen Job zu verzichten, das erkläre ich euch in diesem Video. Zunächst einmal ist es ja so, dass der Arbeitgeber im Rahmen des Arbeitsvertrages ein Weisungsrecht hat, 106 Gewerbeordnung und im Rahmen dieses Weisungsrechts dem Arbeitnehmer bestimmte Weisungen erteilen kann und dass im Hinblick auf den Arbeitsort das Weisungsrecht recht weit ist, allerdings immer in den Grenzen des Arbeitsvertrages. Und so vom Instinkt her hätte ich jetzt gesagt, naja, wenn da ein deutsches Arbeitsverhältnis, ja, Standort Deutschland und so weiter, also wenn der jetzt nicht explizit vereinbart ist, dass er auch im Ausland arbeiten muss, dann hätte ich gesagt, endet das Weisungsrecht aber wohl in der Regel an den Grenzen. Der Bundesrepublik, das sagt das Bundesarbeitsgericht, ist quasi genau andersherum. Schauen wir uns die Entscheidung mal etwas genauer an und ich ordne die dann ein und sage dir, inwieweit das für dich vielleicht, unter welchen Voraussetzungen das für dich eine Rolle spielt. Die Entscheidung erging zu einem Piloten. Die Begründung ist aber nicht so ohne weiteres, dass man jetzt sagen kann, naja, beim Pilot, klar, der muss ja überall rumfliegen, ob wenn du von Deutschland aus startet oder nicht. Das ist nicht allein der Grund, ja, das Entscheidende ist, dass das Bundesarbeitsgericht im Prinzip sagt, wenn sich nicht aus dem Arbeitsvertrag oder aus den Umständen etwas anderes ergibt, dann besteht das Weisungsrecht und das finde ich schon in seiner Härte etwas verblüffend. Aber gucken wir uns diese Entscheidung hier etwas genauer an. Der Arbeitgeber kann aufgrund seines arbeitsvertraglichen Direktionsrechts, Synonym für Weisungsrecht, den Arbeitnehmer anweisen, an einem Arbeitsort des Unternehmens im Ausland zu arbeiten, wenn nicht im Arbeitsvertrag ausdrücklich oder den Umständen nach Konkludent etwas anderes vereinbart worden ist. Oha, Paragraf 106 Gewerbeordnung begrenzt das Weisungsrecht des Arbeitgebers insoweit nicht auf das Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Die Ausübung des Weisungsrechts im Einzelfall unterliegt nach dieser Bestimmung allerdings einer Billigkeitskontrolle. Also das ist wirklich eine Extremumfassung aus meiner Sicht, weil man muss das mal zu Ende denken. Möglicherweise verschwindest du damit ja auch aus dem deutschen Kündigungsschutz und ähnlichen Dingen. Ja, das muss man sich nochmal an anderer Stelle dann zu Ende überlegen, was die Konsequenzen sind. Aber erstmal finde ich das ziemlich heftig, denn das Kündigungsschutzgesetz ist Deutschland beschränkt. Ja, gut, aber stellen wir auch diese Dinge erstmal hinten an und überlegen wir erstmal, was das jetzt im Einzelnen bedeutet. Also der konkrete Fall, da wirst du sagen, naja gut, ist ein Pilot, ja es ging um Pilot und der hat mit seiner Feststellungsklage immerhin in allen drei Instanzen verloren. Auch das Arbeitsgericht hat das schon ähnlich gesehen, also das ist jetzt hier keine riesengroße Überraschung, dass das Bundesarbeitsgericht in dem Fall das so gesagt hat. Aber für mich schon, zumindest mit dieser klaren Begründung, so nach dem Motto ist es auch selbstverständlich. Also der Kläger hat ja jetzt hier halt in drei Instanzen gesagt, ich beantrage festzustellen, dass diese Weisung künftig in Italien statt in Deutschland, Bologna war das glaube ich, arbeiten zu müssen. Dass an der Homebase am Flughafen Bologna, dass das unwirksam ist. Die Fluggesellschaft hatte vorsorglich noch eine Änderungskündigung ausgesprochen und der Kläger hatte die unter dem Vorbehalt der sozialen Rechtfertigung angenommen. Das ist sinnvoll, wenn der Arbeitgeber das macht, weil da sichert er sich ab, falls es ihm doch kein Weisungsrecht gibt. Also durchaus die beste Vorgehensweise aus Sicht des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer hat gesagt, was ich auch erst mal so unterschrieben hätte auf den ersten Blick, dass hier zum einen das Weisungsrecht gar nicht nach 106 besteht. Ja, dass das eine Versetzung außerhalb des Geltungsbereichs hier der deutschen Gesetzgebung nicht rechtfertigt. Und er hat auch gesagt, sein tariflicher Vergütungsanspruch wird ihm dadurch entzogen. Ja, er ist also auch nicht mehr im Bereich des deutschen Tarifvertrages und hat dann noch alle möglichen anderen Nachteile aufgeführt. Ein paar mögliche habe ich euch ja schon gesagt. Ja, und hier erinnere ich mal an meinen typischen Satz, den muss man dann auch mal überdenken. Ich habe ja mal gesagt, eine Änderungskündigung, die irgendwie ins Gegenseitigkeitsverhältnis in der Hauptleistungspflichten eingreift, also weniger Geld quasi an irgendeiner Stelle, ist schwerer als eine Beendungskündigung. Hier geht das jetzt sogar mit dem Weisungsrecht. Also persönlich habe ich da erhebliche Bauchschmerzen mit, auch wenn ich das jetzt hier nochmal so lese, wird es nicht besser. Ja, also das waren seine Argumente im Wesentlichen. Das Landesarbeitsgericht und das Arbeitsgericht, die hatten gesagt, dass das deutsche Recht anwendbar ist, deswegen aber trotzdem 106 Satz 1 Gewerbeordnung dieses Direktionsrecht bejaht. Da ging dann ab zum Bundesarbeitsgericht. Man hat dann die Anwendbarkeit deutschland-rechts, jedenfalls war dann zumindest nachher unstreitig. Und jetzt sagt eben das Bundesarbeitsgericht, es gab keine feste Vereinbarung eines inländischen Arbeitsortes. Da stand also nichts explizit drin und dementsprechend, wenn dann also eine ausdrückliche unternehmensweite Versetzungsmöglichkeit vorgesehen ist, das haben wir klauselhaft in den vielen Arbeitsverträgen, ja, dann umfasst das Weisungsrecht auch die Versetzung an einen ausländischen Arbeitsort. Eine Begrenzung des Weisungsrechts auf Arbeitsorte in der Bundesrepublik ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Ja, da muss man sagen, dem Gesetz ist eigentlich gar nichts zu entnehmen. Ja, also das jetzt als Begründung, also 106 Gewerbeordnung ist mindestens 100 Jahre alt, ich glaube 130 Jahre alt, da hat keiner daran sowas gedacht. Ja, wenn der Patron, da hätte man sich nicht mal vorstellen können, dass außerhalb der Fabrik mal jemand arbeiten muss oder außerhalb des Hofgeländes. Ja, also gut, aber falsch ist es auch nicht. Dann war ja noch zu prüfen, wenn man jetzt sagt, so wie das Bundesarbeitsgericht, ja, dieses Weisungsrecht besteht, dann ist ja noch die Ausübung zu überprüfen, ist das nach BILM im Messen erfolgt? Und da sagen die jetzt im Prinzip, da in Nürnberg die Homebase komplett aufgegeben wird, ist das Ermessensfehlerfrei. Es gibt einfach keine Beschäftigung für den Kläger mehr. So, da würde ich dann mitgehen. Also wenn man grundsätzlich das Weisungsrecht bejaht, dann wird man in all den Fällen, wo es in Deutschland keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr gibt, aber im Ausland würde man sagen, okay, das ist dann noch billiges Ermessen. Was soll denn sonst noch billiges Ermessen sein? Vielleicht ist gar nichts anderes mehr billiges Ermessen, da geht das gar nicht mehr anders. Ja, also das A und O der ganzen Argumentation, der ganzen Frage ist, geht dieser Umfang des Weisungsrechts so weit? Ich hätte gesagt, selbst wenn ich den Arbeitsvertrag reinschreibe, wäre es noch fraglich, aber im Arbeitsvertrag war es ja gar nicht so ganz detailliert formuliert. Ja, dann sagen die noch ein bisschen was zum Entgelt. Die sagen, die Weisung lässt das Entgelt unberührt, dass der Kläger den Anspruch auf das höhere tarifliche Entgelt verliert, liegt an dem von den Tarifvertragsparteien vereinbarten Geltungsbereich des Vergütungstarifvertrags, der nur auf Deutschland stationierte Piloten beschränkt ist. Klammer auf kleiner Wink an die Tarifvertragsparteien, denkt auch mal an die anderen dann in Zukunft. Ja, bisher hat ja wahrscheinlich da keiner drüber nachgedacht. Zudem sieht der Sozialtarifvertrag vor, dass Piloten, die an einem ausländischen Stationierungsort verlegt werden, zu den dort geltenden Arbeitsbedingungen, insbesondere den dortigen Tarifverträgen, weiter beschäftigt werden. Ach, andersrum, das ist sogar explizit so vorgesehen und vereinbart. Ja, dann muss man allerdings sagen, wenn das so ist, dann kann ich auch wieder das Bundesarbeitsgericht so ein bisschen verstehen, dass die dann sagen, na gut, dann kann man auch nicht sagen, dass, wenn das sogar explizit geregelt ist, der Fall, dass daran es dann scheitern muss. Ja, also, dann haben die noch gesagt, na gut, soweit die Versetzung bereits aufgrund des Weisungsrechts wirksam war, kommt es auf die vorsorglich ausgesprochene Änderungskündigung nicht mehr an. Es gab noch ein paar Parallelverfahren, die ebenfalls so entschieden wurden. So, jetzt kann man zusammengefasst daraus Folgendes mitnehmen. Erstens, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es künftig Weisungen gibt, im Ausland zu arbeiten und die dann überprüft werden müssen. Zweitens, wenn es schon ein Weisungsrecht gibt, dann ist das fast gar nicht anders denkbar, als dass in so einem Fall in jedem Fall aber auch eine Änderungskündigung denkbar ist. Weil das wäre sonst aus meiner Sicht, von meinem Verständnis schwierig, wenn ich sage, na ja, Weisungsrecht lehne ich knapp ab, aber eine Änderungskündigung kommt in so einem Fall überhaupt nicht in Betracht. Ja, welche weiteren Folgen das hat, da muss man da nochmal in Ruhe drüber nachdenken, aber eins kann man sagen, wenn du also Pilot bist, wenn du in ähnlichen Konstellationen arbeitest, musst du damit rechnen. Alle anderen, die so im Arbeitsvertrag das zumindest offen haben, nicht explizit auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt und wo man es auch nicht irgendwie den Umständen entnehmen kann. Wenn du also in einem internationalen Unternehmen arbeitest, mit verschiedenen Standorten auch im Ausland, da kann das passieren. Allerdings aus meiner Sicht wohl nur, wenn im Inland wirklich nichts mehr stattfindet. Also dass man einfach so sagt, ja, wir brauchen dich aber jetzt gerade im Moment im Ausland, da haben wir mehr Personalnot, das würde ich sagen, meint das Bundesarbeitsgericht hier nicht. Die stellen explizit darauf ab, dass es in Deutschland quasi keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr gibt, im Ausland aber schon. Viel mehr Einschränkungen sehe ich dann aber nicht. Also insbesondere beim Bilden ermessen würden wir in solchen Konstellationen, also auch in anderen Arbeitsverhältnissen vermutlich dazu kommen, dass hier die Versetzung möglich ist. Jetzt musst du dir aber eine Sache auch überlegen. Wenn du das jetzt nicht, wenn das jetzt anders entschieden worden wäre vom Bundesarbeitsgericht und ein Unternehmen macht in Deutschland dicht, dann ist das natürlich für die Arbeitnehmer, die dann eine Kündigung bekommen, recht schwierig überhaupt noch was zu wollen, weil das Bundesarbeitsgericht sagt ja immer, Kündigungsschutzgesetz auf Deutschland beschränkt. Also es gibt keine Deutschland überragende, also keine über die Grenz übergreifende Pflicht hier zum Beispiel einen anderen Arbeitsort anzubieten. Und dementsprechend würde dann ja auch eine Beendigungskündigung wirksam sein, ein Anspruch auf Abfindung, wenn es keinen Sozialplan gibt, auch sehr schwierig sein durchzusetzen, wenn da keine formalen Fehler gemacht werden. Mit anderen Worten zusammengefasst könnte man sagen, muss man fast darüber ja froh sein. Denn wenn man jetzt so ein Weisungsrecht bejahrt, dann kommt man im Kündigungsschutzprozess, und das ist jetzt wieder der Vorteil dieser ganzen Geschichte, kommt man natürlich dazu, dass man sagen kann, es besteht ja ein Weisungsrecht, also hätte auch erstmal die Anweisung erfolgen müssen, an einem anderen Ort zu arbeiten. So würde ich künftig argumentieren. Wenn du jetzt in deinem Arbeitsvertrag also eine Begrenzung auf Deutschland hast, ist dein Vorteil, du kannst nicht so einfach ins Ausland geschickt werden. Dein großer Nachteil ist aber weiterhin, im Falle von Kündigungen muss der Arbeitgeber dich da nicht hinschicken und du bleibst dann auf das deutsche Recht beschränkt. Und wenn hier keine Beschäftigungsmöglichkeit mehr ist, dann wird es im Kündigungsschutzprozess entsprechend schwieriger. Ich sage nicht aussichtslos, Also wenn du in solchen Fällen ein Problem hast, sollte man immer überlegen, natürlich trotzdem die Kündigungsschutzklage zu machen, aber es ist deutlich schwieriger und das schlägt sich dann typischerweise natürlich in der Höhe der Abfindung nieder. Also was kann man überhaupt dann noch verlangen? Ja, soweit hier eine für mich etwas überraschende Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts und ihre Konsequenzen.